Ich halte den Schutz der Umwelt für überaus wichtig. Für mich geht es in diesem Kurs in erster Linie um Selbstkontrolle. Bewusste Ernährung reinigt und stärkt unseren Körper. Wow. Und die willst du jetzt alle essen? Elsa, bitte. Könntest du zur Abwechslung mal was essen? Das nennt man bewusste Ernährung. Ich finde es so wichtig, unseren Kindern beizubringen, ihr Konsumverhalten zu reduzieren. Sie hat mir ihren Tee geschenkt. Home. Ich weiß nicht genau, was hier vor sich geht, aber ich habe den Verdacht, dass... Miss Nowak die Kinder manipuliert. Ich bin raus. Das meint sie doch nicht ernst. Du verstehst es nicht. Hier geht es um Glauben. Ich muss mich auf sie verlassen können. Passen sie gut auf unser Kind auf. Home. Dann erkläre ich euch hiermit zu Mitgliedern des Club Zero. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020